So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Vita Beast. Endlich mal wieder, seit langer Zeit ja nicht mehr. Ich sag wieder nix. Wir fangen irgendwie immer so an. Ja, ich, ich, ja. Ja, ähm. Jetzt geh ich raus. Ja, wir müssen, oder haben wir letztes... Hier ist übrigens die IP-Adresse, die niemandem was bringt übrigens. Geh durch das Tor, also. Wir haben ja letztes Mal hier... Ah, die Verbindung ist wieder mal im Arsch. Dafür kann ich nix. Vielleicht liegt es daran, weil ich gerade raus... Oh, der lädt hoch, ja. Oh, ja, 100 habe ich gerade untergeladen hier. 100. Ähm, also wir haben ja letztes Mal hier so ein paar Solarzellen gemacht. Wir müssen jetzt noch... 50 Milliarden weitere machen. Also wir müssen jetzt 8 Stacks müssen wir ja haben, ne? 8 Stacks Solar Panels. Ja, 8 Stacks. Also 6 Stück noch. Uuuuh. Wir haben uns drauf geeinigt. Ich mach die Electric Circuits und er macht die Generatoren. Ich mach gar nix, hier geht nix. Man, das ist noch voll lang. Warum? Jetzt. Ey, der läd, der musste erst mal 100 KB hochladen, bis das überhaupt funktioniert. Das ist mal wieder irgendwie strange. Es hat auch schon wieder 5 Jahre gedauert, bis wir überhaupt anfangen konnten, also. Oh, ich sehe gerade, wir haben 10 Diamant-Erz. Ja. Ähm, Eisen tue ich mir... Das ist wieder reingescheatet. War bestimmt wieder ich. Guck mal, wir können hier Diamanten machen. Diamanten! Nee, mach mal nicht. So. Ich mach jetzt Eisen, ne? Ja, ich glaube, ich werde bald die Diamanten-Fabrik bauen. Einfach so. Egal. Wer will, kann uns Geld spenden, dass unser Server mal laufen kann. Wie viel kostet das eigentlich nochmal? Oh, ich glaube, 3 Euro, oder so. 3 Euro? Genau, ich wollte Electric Circuits machen, siehste. Ihr macht mich alle hier komplett konfuslich. So 1-6 Eisen, ne? Äh, ja. Das wären 2-6 da. Ich baue dann mal schnell noch ein bisschen Kupfer. Weil ich brauche nämlich Kupfer für meine Electric Circuits. Und ich hol mir mal hier und ein paar Generator- und Öfen raus. Klar. Also ein paar sind. Gehen sich. Also die Öfen sind mehr als genug, also. Nee, da müssen wir jetzt erst Eisen nehmen, ne? Genau, mehr habe ich aber nicht. Aber das ist hier noch Eisen. Nee, doch. Da ist ja noch Eisen. Du hast aber Eisen jetzt nicht aus Jujo-Meter gemacht, ne? Warum? Du weißt, dass wir das über Gold machen. Ach, gut. Egal. Zum Glück habe ich nachproduziert, weil sonst wird nämlich jetzt die Rechnung schon lange nicht mehr aufgehen. Ja. Bin mir leider bestimmt total vergessen. Ich war da nicht gut drin. Ich habe die Kiste mal wieder volllaufen lassen und die Hölle ist mittlerweile fast leer. Genau, hier ist Saumel. Ey, ist das so geil, mal wieder aufzunehmen. Der wäre der Herr, der hatte ja keine Lust. Äh, und keine Zeit. Ja. Das ist eh nur den ganzen Tag zu Hause und magst nix. Äh, 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 äh. Ja, ja. So wie ich. Hey, diese Verbindung, ey, ganz ehrlich. Ich muss mir erst 100 KB schicken, damit ich hier überhaupt irgendwas machen kann. Ich verstehe nur nicht warum. 100, 135, 66, 80. 30, 90, jetzt geht's auf. Oh man, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also ich muss in einem Bereich bleiben. Äh, ach. Äh, ich bin die ganze Zeit im Creative. Ich depp und merk's nicht. Ich auch, ich hab das zu viel grad. Warum ich keine Blöcke grad abbau. Äh, Entschuldigung. Äh, ja. Das ist jetzt irgendwie fail. Äh, Projektisch brauch ich. Dankeschön. Und hier schnell wieder mit Stein zu machen. Gut. Ähm, yo. Okay, ich mach mir wieder Gold. Letzt. Okay, Gold. Äh, Rezeptmodus. Gold, 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 Gold. Da ist Gold. Gold jetzt, ne? Ja. Also ein Steak Gold und dann mach ich da raus. Das ist dann. Okay, ein Halbstack. Schauen wir mal Yu Yu Meda, wir haben ja noch. Also mittlerweile müsste es eigentlich reichen, wenn es mich fragst. So, ich brauch das hier, das hier, das hier und das hier. Jetzt brauchen wir noch einen Steak Rubber. Ich hab nämlich schon meine ungefähre, ja, Vorstellung wie das Ganze hier abläuft. Ich würde mal ein ganz Inventar, weißt du? Das ist mir jetzt zu doof. Ich hätte dauernd hin und her rennen müssen. So. Ich denke, heute kriegen wir das gute Stück noch fertig, die HV. Dann lass mal ein bisschen mehr Yu Yu Meda produzieren. Ich würde jetzt mal ins Glas rein, ne? Yu Meda tue ich jetzt ins Glaskiss noch mal rein. Tue sie doch da drüben in die Werkbank. Ich hab zu viel dabei. Dann tue sie einfach hier in die Werkbank, ne? Ja, okay. Ist auch irgendwie dumm. Ich meine, du tust eine Kiste in dem Project Table verkraften und dann hast du nur zwei statt drei. Irgendwie dumm. Oder nein, X, äh, Plus machen. Das nehm ich mir mal kurz. Dann hol ich mir mal schnell ein bisschen Yu Yu Meda. Äh, ein bisschen Stiki. Yu Yu Meda ist hier drin, ne? Naja, Stiki Restchen. Halt, ne, das müssen wir hier drin, ne? Ähm, was ist das? Tin? Ich brauch Tin auch, ne? Ja, hier, tin brauch ich Redstone. Warte mal, ich brauch also das, so. Ne, wir gewannen das noch mal. Halt, ich guck immer in den falschen. Ja, eh. So, ach ja genau, ich hab ja hier noch. Zack. Und dann einen mal hier Kupferkabel durchknechten. Dann brauche ich, äh, Refined Iron. Das hast du zicht, ne? Das hab ich. Aber das ist bei Gold am Schmelzen. Äh, Eisen, gib mir mal ein Stack. Ein Stack. Eisen oder Refined Iron? Ist mir egal. Okay. Nein, dann. Und wir brauchen zwei Sticks Ritzdöne. Haben wir noch auf Vorrat, sehr schön. Dann, ähm, Electric Circuit. Ne. Okay, kann ich erst machen, wenn ich von dir... Die hier, dann zack. Also, ich brauche dann von dir, ähm, ein paar Circuits, ne? Ich packe die dann schon mal drüben. Weißt du, wie wir noch machen müssen? Äh, warte, ich craft jetzt gerade wieder ein Stack Solar Panel. Ja gut, ich brauche noch ein paar flammiges, äh, ähm, Arndt-Fundes, äh, äh... Oh, ich hab vergessen, äh, ja, wir haben hier, he he, keine Generatoren, jetzt eh gerade. Ja, ich mach die ja gerade. Ist da was drin? Ist da was drin? Eih, gib mir die Scheiße. Ist Star Wars drin? Star Wars? Alter. Ram. Und ich meine, es ist das komplette Gold in Eisen, ne? Oder? Ja, es macht auch mir egal. Okay, bing, 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 wir brauchen dort hier noch mal da haben wir jetzt wieder ich habe jetzt eine einzig gefallen und da muss ich jetzt in der e-bata hier oben drauf so schaut es aus man sieht aus wo hast du hin ich bin gerade dabei noch welche zu machen ja gut dann mache ich noch ein paar iron furnace sind noch drüben in der kiste noch nicht hier zwei drei stacks also drüben in der werkbank ich kann da nicht hin das musst du holen das dauert mir zu lange aber hier ist gerade alles so schön geladen wir drücken jetzt dann weiter da brauche ich wieder kupferhau noch meine güte wie kann man unsere verbesserten geräte die jetzt machen ja gut dann müsstest du mir die kabel brauche ich bin gerade dabei hier ist schon alles in der vorbereitung ja warte ich kann ja hier mal ganz kurz hier so ein stack hinschmeißen das war schön kann ich mir den stack e-bata gehen nicht ganz ein stack warte mal hier hast du noch vier ja egal sieben 16 gut we find iron ich brauche wieder 6 decks ok das heißt wir brauchen wieder kupfer ach was mache ich denn hier eigentlich bin ich doof aber ein frechen mund das meine ich ans unter fröhliches kraften wir können wir wieder ein paar geschichten erzählen über die urheberrechts hinweise wo ich mich ja schon zu genüge ausgekotzt habe und jetzt hat man sich das war jetzt mal das macht ja weil ich endlich mal weiß warum die ganze scheiße abläuft wenn nämlich youtube ein asozialer scheißverein ist sonst steckst du das deckt die rote gut dann kannst du drüben gleich mal fertig kraften schickte dir jetzt wieder 100 ich warte mal bis sie da übertragen hat geht trotzdem nicht kling warum ist denn das das war doch sonst auch nicht so jetzt habe ich drei stacks haben so drei stacks ganz genau ich habe noch 38 circuits übrig weißt du die lasse ich mal übrig ich mache jetzt zwei neue stacks dann haben wir wenigstens auch was auf vorrat habe ich richtig ja das ist noch glas wir brauchen jetzt nur circuits und twitter generatoren ok und da der müde ist runter natürlich das ist doch dumm ich glaube das liegt daran dass du dich das richtige mein dass du das richtige minecraft benutzt das kann ich mir das nicht erklären das hat er doch bis jetzt noch nie gemacht das war vorhin auch das mache ich eigentlich da vorhin war das auch das ist doch dumm ey das ist doch dumm ey da ich noch das hab zwei stacks habe ich noch also muss ich jetzt erstmal zwei stacks zwei auf der seite zwei auf der seite jetzt muss ich redstone machen so das und die kabel bräuchte ich wieder du frisst mir die kabel hier weg da komme ich nicht zum circuits machen tja aber ich brauche ein steckkabel für ein da haste also für ein äh ein stecker aus ja ja ausreden